Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von IUDEN Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang, zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Und ich sag, äh, auf geht die wilde Fahrt, wir machen mal weiter hier mit IUDEN Chronicle, was ist zuletzt passiert. Ähm, die haben unser schönes Heimatdorf hier abgefackelt, das war das letzte, dass da irgendwelche Unbekannten kamen, Banditen oder so, die Unruhe stiften wollen, also warum die Unruhe stiften wollen, komme ich gleich noch dazu. Aber die haben einfach das schöne Heimatdorf vom Nova abgefackelt. Weiß ich nicht, alle, gar nicht freundlich, ne? Gar nicht freundlich, wenn man's mal so sieht. Zuvor haben wir auch Verbrecher gejagt, so ne Dreiertruppe, die aber eigentlich nur gute Absichten verfolgt hat, die waren gar nicht so böse. Deshalb aber da gab's dann, äh... Ach, guck mal, passt. Es funktioniert alles. Vielen Dank, mein Liebster. Für dein Stufe 1 Abo. Musik passt, Grafik passt. Einwandfrei, vielen lieben Dank. Ähm, genau. Also haben wir unser Dorf abgefackelt. Oh, haben wir drei Banditen gejagt, die gar nicht so böse waren, haben wir die dann trotzdem, äh, in einem harten Kampf danach gefangen genommen, erst mal. Und... yes! Dann ging's halt hierhin auf unser Dorf. Und, ähm, es gibt ja wohl so ne Truppe, die Unruhe stiften will zwischen den zwei großen Nationen. Und dass sie halt an den Grenzen, oder im Grenzgebiet, ähm, für Überfälle sorgen. Und dort der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiten, dort unter denen. Und das führt natürlich auch zu einem gewissen Konflikt zwischen den beiden Parteien, weil man ja nicht weiß, hm... Es wird halt so gemunkelt, immer die andere Seite ist dafür verantwortlich. Deshalb ist das schon ein bisschen kritisch zu betrachten. Wie es weiter geht, werden wir sehen. Wir haben auf jeden Fall, äh, Sane, unseren alten Freund getroffen. Noah und Sane verbindet ja doch irgendwie was. So ein bisschen was. So eine kleine Freundschaft. Haben die sich wieder gesehen? Ne, die haben ja jemanden, einen Buddy von Sane wieder getroffen. So in der Richtung war das. Ja! Und das war's schon. Wir haben ein paar Helden rekrutiert. Und die aktuelle Truppe sieht so aus. Mal hier rüber gehen. Zack. Oh, der Joker hatte Werbung. Der Joker hatte Werbung. Na Mensch. Das tut mir leid. Ich hab's ausgestellt. Schwör auf alles. Ne, wirklich. Also, eigentlich hab ich die Werbung komplett deaktiviert, soweit ich weiß. Was Twitch da letztendlich draus macht? Keine Ahnung. So, das ist die aktuelle Truppe. Noah, Li-Anne, Gar, Kuruto, Yusuke und Francesca. Francesca, mein, äh, mein Herz. Einfach die allerbeste. Ansonsten, wir müssen jetzt, glaube ich, zurück. Erkunden gibt's hier, glaube ich, nix mehr. Ne, also wir müssen dahin, wo der blaue Punkt ist, zurück zum Gebirge, so in die Richtung. Und das Ganze werde ich jetzt auch angehen. Gut, Sanne kommt. Sanne will mich knechten. Gut, alles klar. Auf geht's. Rinn ins Abenteuer. Let's try to make good time. We go to get back. ASAP. ASAP. Was ist deren Problem? Verdammt. Verschwinden wir. Speichern wir, würde ich besser jetzt sagen. Jetzt muss ich hier den ganzen Weg wieder zurück glümmeln. Naja, warum nicht, ne? Aber ich kann wieder ein paar Bären einsammeln, also. Bären. Bärchis. Oh, ja. Oh, ja. Guck mal, gleich die Stufe hoch. Ähm. Ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert. Aber es waren ja auch nur so dreieinhalb Stunden, die ich das letzte Mal gemacht habe. Ähm. Da kann ja gar nicht so viel passieren. Dafür habe ich eigentlich ziemlich viel geschafft, dachte ich. Da war ja so ein riesiger Höhlen-Dungeon war ja noch dabei. Wo ich mich durchgeschlagen habe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Um erstmal zu den Banditen zu kommen. Auch einer alleine, der tut mir ja leid. Ja. Also, Kuro-Turm will ich auswechseln. Der bringt mir irgendwie nix. Ähm. Ansonsten weiß ich noch gar nicht. Ich habe ja noch so einen neuen rekrutiert gehabt. Mit Maske. Um so ein kleines Wesen. Absolut keine Ahnung. Auf wen oder was ich da noch mitnehme. Ich denke mal, die drei Verbrecher werden sich auch anschließen in irgendeiner Form. Lass uns das machen. Oh, der feine Herr ist einkaufen. Na dann wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei. Ich werde es einfach besser werden. Ich bin dann bestimmt noch da, wenn der wieder da ist. So. Guck mal, ging doch doch ganz schnell hier durch. Hä? Siehst du das? Nee, noch nicht. Haben sie die Brücke abgefackelt? Nee. Ach, da sie. Gar. Noah. Glad ich dich gefunden habe. Mio ist zurück. Mio, Mio, du bist zurück, Frau. Ja. Es gab eine Summonation. Alle Mitglieder der Watch haben von Eltis Weiss erinnert. Aha. Das klingt wie offiziell Befassung, dass schlechte Dinge passieren. Komm mal. Scheinbar schon. Kacke ist am Dampfen. Dieser Mann in der Hütte klingt genau wie ein Röder, den ich mitgebracht habe. Dankeschön, der Mais. Dankeschön. Aber du sollst dein Geld fürs Einkaufen verwenden. Ach, Saban ist mit dabei. Stimmt, die war ja auch schon. Die hat eine etwas wichtige Rolle gespielt. Wer ist er? Ich weiß nicht. Aber ich dachte, es wäre strange, dass er so schrecklich attackiert hat. Ich weiß nicht, dass er eine Art von Eltis Weiss erinnert hat, wenn wir ihn verletzten haben. Hm. Also, er ist ein Art von Profesionalem? Das macht Sinn. Er sicher wusste alles über die Watch. Er ist kreiert ein Prätex für die Invasion. Huh? Was? Wer ist die Invasion? Der Empfehl. Sie sagen, dass Mitglieder der Watcher verabschieden ihre Grenzen. Aber das ist nicht wahr. Sie haben uns attackiert. Die Wahrheit oft bedeutet wenigstens, besonders in Zeiten der Kriege. Sie wirklich tun das? Ich habe Jainquist-Jainquist in Eucharist, um zu retten, aber sie können uns nicht erreichen. Deine Frau, wir haben gerade gesagt, dass die Verne-Village umgekehrt wurde. Und da sind wir. Ein halbes Jahr nur. Das ist der Grabby-Type, wenn er eine Überraschung hat. Das ist alles, was ich in einem Mann lebe. Unsere Gefahren sind in den Platz, genau wie du gesteckt hast. Ob wir das mit Worten oder Schweden, müssen wir erst unseren Gegner-Metal beobachten. Dispatch das Team für Verne. Sehr gut. Genau, ich werde es mit meinen eigenen Augen sehen. Schickt mich. Schickt mich. Ich will das für mich selbst sehen. Das ist eine Mission für vitalen Import. Was sagst du, Frau Periel? Hm. Ich werde es lassen. Nach dem, was in seinem Village transpiriert hat. Er hat die Chance. Wie du wünschst. Die Aufgabe ist dein, so fantastisch und wertvoller Kapitän. Geh in Verne-Village und reporte zurück, bis du die Größe der umgekehrten Macht hast. Sobald du die Zahl der Besatzungsschreitkräfte erfahren hast, okay. Wollangriff. 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 Aber die Rüstung könnte ein bisschen robuster sein. Wähle dein Team. So. Wer nehme ich denn mit? Du raus. Mio muss mit rein, okay. Wir werden die Reise zusammen weitergehen. oder surely auch gemeinsam. Okay. Kann ich ja nur zwei weitere mitnehmen. Ich würde ja Sibon gerne mitnehmen. Malotdehau halbes so. Der ist auch auf Kurzdistanz. Der greift mit den Fäusten direkt an. Ich habe viele für die Frontreihe, aber... Okay, die könnte ich auch nach hinten mitstellen. So wie sie. Sie ist auch... Für die hintere Reihe, aber... Ich musste ja so mit Francesca als Heirerin und dem Bruch schützen. Beziehungsweise Armbrust schützen, auch wenn ich ihn nicht wirklich mag. Könnte ich auch Malor mit reinnehmen, ne? Aber die ist halt nur Level 9 und er ist jetzt schon Level 16. Gott, machen wir es so. Wir brauchen mal ein bisschen Frauenpower im Team. Jetzt, wir gehen jetzt schon. Noah, das ist eine Recon-Mission. Du hast keine Ideen. Ich habe mein Bestes. Ich kann es nicht träumen. Er hat mit dem Watch für... Was? Halb ein Jahr? Am besten? Ja. Aber er wird weit. Ich glaube. Er hat doch Vertrauen in mir. In mich. In mir. In mich. Keine Ahnung. Also glaubst du, dass ein Krieg ausbricht? Weiß noch nicht. Wir sollten aber davon ausgehen. Auf geht's zum Dorf. Ne. Es kann noch zum Krieg kommen. Seid vorbereitet. Gewöhnliches Ei. Okay. Auf jeden Fall kann ich jetzt Runen anlegen. Dafür muss ich hier hin, wenn ich mich recht erinnere, dass ich die mitnehme. Obwohl Melor kann die noch nicht anlegen. Das war das. Gut zu sehen. Da war ich. Wow. Fair enough. Ja. Konnt ihr nicht irgendwie meine Ausrüstung transferieren? Irgendwo ging das doch. Ausrüstung. Ausrüstung, wechseln, Runen ändern. Ah. Okay. Erhöht Stärke um 5%. Physische Verteidigung um 5%. Was hat er denn? Verteidigung hat er eigentlich ganz gut. Dann kann er mal ein bisschen auf Angriff gehen. Da könnte eine Fähigkeit rein. Da habe ich nichts im Besitz. Oh. Schade. Ähm. Kann er eine andere Fähigkeit? Nö. Ach sie muss auch erst noch stärker werden. Klar. Ja. Stufe 12. Ne. Level 15. Da steht doch Stufe 12. Und sie ist 15. Naja. Ach jetzt kann ich ja jeden durchgucken. Sie ist erstmal natürlich. Sie muss erstmal Stufe 10 erreichen. Okay. 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 Ohne der stillen Wut. Also ich könnte jetzt. Ja Wasser ist halt ne. Hm. Er hat. Oh Gott. Ohne. Geschwindigkeit hat er. Und die anderen können ja nicht so viel. Dann würde man hier Ausrüstung checken. Ausrüstung wechseln. So. So. Melore. Dich muss ich eindecken. Dreispitzhut. Hat eigentlich. Der Dreispitzhut ist gar nicht mal so schlecht. Den sie hat. Und die dicke Robe auch. Gut. Dann muss ich nur ihre Waffe mal hochsetzen. Beim Schmiedel. Schmied. Schmied. Und. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Also ich glaube. Dass dafür auch sehr viel Zeit drauf gehen wird. Dass man sich einfach. Equipment mäßig. Gut aufstellen muss. Viel ausprobiert. Hin und her verschiebt. Oh. Er kann Level 4 sogar. Na. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Ja. Nochmal. Ah. Kälte habe ich eigentlich genug. Ähm. Den mal auf 3. Investieren in die Waffen. Angriff ist der beste Angriff. Wer sind wir doch alle? Wir haben einen Lore. Braucht erstmal auch nicht. Und dann. Heilmittel sollte ich glaube genug haben. Oder? Das sieht gut aus. Wiederbelebung habe ich auch einiges. Rune des Windes. Hätte ich einlagern können. Aber mein Gott. Rune der HP ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Mal für so ein. Ähm. Na. Für so einen Heiler. Der vielleicht nicht so viel hat. Kann ich was verkaufen? Nee. Krone ist neu. Kann man verkaufen. Kopfbedeckung. Kopfbedeckung. Ja komm. Für gar. Schützende Weste. Kettenpanzer. Plattenrüstung. Plattenrüstung. Sogar noch. Hat ein bisschen weniger. Magieverteidigung. Bronzebrustpanzer. Bronzebrustpanzer. Kettenpanzer. Könnte sie. Die Mio kann den tragen. Francesca kann ihn auch tragen. Ja. Plattenpanzer. Ein bisschen shoppen hier. Das ist ja. Der Schild nicht. Bronzebrustpanzer. Der Kettenpanzer hebt halt die Magie noch ein bisschen hoch. Ja. Eins, zwei habe ich noch. Das habe ich noch auf Tasche. Für die Damen. Und nochmal. Verkaufen. So. Das ist doch. Ganz okay. Aber ist eine Kopfbedeckung noch. So. Verkauft. Ja. Ob ich noch was. Ja. Den jetzt mit. Einfach weg. Da hat man ein bisschen was von Stardew Valley, diese Geräusche, finde ich. Hört mir so Stardew Valley Sounds. Hypes. Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. So. Jetzt sollte ich aber gut ausgerüstet sein. Da haben sie angegriffen. Die Schweine. Naja. Dann werden wir gleich mal untersuchen, was hier passiert ist. Was die sich einfach erlauben. Hier im Grenzland Unruhe zu stiften. Hi. Ciao. 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 Da gebe ich dir diesmal ausnahmsweise recht. So, jetzt ist die neue Rune war frei, ne? Kritisch. Kritisch wird das Licht hier. Aber ich habe auch keine Lust, eine Rolle runterzumachen. Das ist doch viel zu schönes Wetter. Ein bisschen Sonne will ich Dauer bekommen. Da sind die ganzen Soldaten eingefallen ins Dorf. Ihr könnt versuchen, ihre Weibungen und Provisionen zu betrachten. Das Tent in der drüben ist auch wertvoll zu sehen. Nicht bespottet. Machen wir es so? Oh, ne, das war schlecht. Das war schlecht. Stealth, ich und Stealth ist nie gut. Ein wunderschönes Guten Morgen, Hiho, zurück. Jetzt ist die Frage, wie spricht man deinen Namen aus? Masashi? Masaki? Ich habe es immer so mit Namen aussprechen. Ist nicht meine Stärke. So, muss ich einfach hier durchrennen, so? Aber die leuchten mich doch, dann muss ich es so. Aber es macht keinen Sinn, dann bin ich ja hier gefangen. Aber es muss ja hier so. Da so rum muss ich irgendwie. Okay. Psst. Nicht eine Nerve, die League hat, die Probleme mit so einem Problem. C gleich K, bitte. Also Masaki wäre es dann, ja? Wäre das so die richtige Aussprachweise? Es ist sehr früh für mich, das ist nicht meine Zeit. Lang Atem habe ich. Lang Atem habe ich auf jeden Fall. Und ich bin sehr gewillt, das Spiel nicht 100%, aber auf jeden Fall die Main Story durchzumachen. Die 100 Krieger oder über 100 Krieger werde ich auch nicht finden. Von daher. Alles gut, glaube ich. 70 Stunden und noch nicht durch. Eieiei. Aber so soll es ja auch sein bei einem guten JRPG. Dass man da schön viel Zeit ersenken kann drin. Das macht den Reiz daraus. Was ist passiert, dass sie ihre Begrüchte von Freundschaft und der Co-Expedition? Von was ich höre, sie wollen die Rune-Barrows, die wir für sie selbst gefunden haben. Das ist warum sie alle, die in der Stadt leben, die in der Stadt leben. Mhm. Ja, ja, Gerüchte. Ich hoffe, dass sie diese Krüchte von der Begrüchte ausbrechen können, damit wir alle zurückkommen können. Kannst du dir glauben, dass diese Lüge sind? Warum? Ich sollte da hin und... und kriege uns alle getötet? Bitte nicht. Zufällig seit letzter Woche Urlaub. Dann kann man natürlich die Zeit da... Okay, jetzt werde ich mich noch in Fässern verstecken. Vielleicht kann ich mich in dem Fass verstecken, um vorbeizuschleichen. Eieiei. Oh, ich liebe ja Stealth-Sachen. Und Fass zu Fass rennt. Keine Ahnung. Das letzte Mal habe ich das für Final Fantasy 7 Rebirth. Da hatte ich mir extra Urlaub genommen. Um das halt voll durchzuballern. Oh Gott. Um das durchballern zu können. Okay. Sie sind klüger, als ich denn gedacht habe. Ich muss ja da oben irgendwie hinkommen, oder? Damit ich da durchkomme. So kann ich. So kann ich das machen. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Bestimmt hier oben rein, oder? Da war es auf jeden Fall ein Fass links. Okay, ich muss eine Zwischensequenz auslösen. Haha! Und was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich mehr gut gebraucht, als ein normales Schwerpunkt. Provisionen und Weapons. Enough für eine ganze Legion. Die sind sehr ernst. Ja, die wollen richtig einmarschieren. Die haben richtig Bock. Scheinbar schon. Nicht, wenn Lady Periel es helfen kann, aber ich imagine. Aber was auch passiert, wir folgen Warnern. War mit dem Empire. Warte später. Willst du das große Tenten probieren? Ich muss das E-Urlaub abbauen. Als ich gesehen habe, dass dieses Game erscheint, habe ich zweieinhalb Jahre gewandert. Dann habe ich meinen Urlaub einfach um eine Woche verschoben. Verständlich. Ja, verständlich. Wenn man den Bezug dazu hat. Ist das doch völlig legitim. Seinen Urlaub dafür zu nutzen. Sinnvoll zu nutzen, um den dann eben abzubauen. Suikoden 1 war mein erstes PS1-Game. Wollte ich mit dem Game schnellstmöglich anfangen. Und erinnert dich das an? Suikoden? Weil es wird ja mal spiritueller Nachfolger betitelt. Kannst du das so unterschreiben nach 70 Stunden? Oh, das ist ja ein großes Kriegsgerät hier. Großes Kriegsgerät, was sie aufgestellt haben. Ach, jetzt nochmal alles. Okay. War ja auch nur ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen schwierig zu wissen, wo genau muss ich hin. Aber er zeigt es. Achso, er sagt mir ja das große Zelt. Na, also machen wir nochmal das ganze Spielchen hier. Zack, versteckt. Auf Nummer 1 ist nur die Remaster von Suikoden. Suikoden 1 und 2. Ach, wir müssen einfach nach rechts. Okay, cool. Dann, äh... Machen wir das nochmal. Stopp, schau, schau, schau. Ja, man sieht es ja oben. Ne, dass man... Okay, einfach nur ein klein... Einfach nur ein klein Stück nach rechts. Es ist ja... Krass. Aha, Chapelle. Näherlich, Sir. Wir werden dieses insignificante Land brechen und servieren es den Duken auf eine Plattung. Mein Kapp braucht eine feine Feather, nachher. Sympathisch. Er wäre der Kommander hier. Aber es klingt, wie er an jemanden anderen reportet. Sicherheit sieht hart. Bestes klar. Okay, also ich glaube, wir hängen die Tante in den Backen und dann sind wir fertig? Was? Was? Tja, da war die Kriegsmaschine. Die hätte ich doch schon gesehen. Hätten wir schon längst untersuchen können. Manchmal ist es halt ein bisschen verwirrend. Okay, falsch. Ja, ist doch gut. Haben sie aber neue Wachen jetzt hingestellt. Das war gerade noch nicht so. Okay, von da kommt man auch nicht rein. Ich muss ja da hoch. So wie er mir das sagt. Oder ich muss einfach da durchschlüpfen schnell, ne? Da rechts. Hier so? Durch? Ja. Okay. Puh. Puh. Ich finde es schön, wie die zwei anderen abseits stehen. Der Gott hat seine Post verlassen. Ich weiß, richtig? Sloppy. Er wird es, wenn er zurückkommt. Komm schon, nicht da stoppen. Es ist kein Weg zu zurück. Hm. Okay, jetzt haben wir da wieder das Fässerspiel. Sind die Remaster von Suikoden 1 und 2 schon draußen? Oh, jetzt läuft der auch noch. Cool. Ich dachte, die kommen erst noch. Oder sind das Remakes, die da kommen? Irgendwas kommt doch da jetzt nochmal demnächst. Okay. War ich der Meinung. Ah, die haben derzeit mal nicht ein Datum. Ich dachte, die würden jetzt schon... Ich dachte, die würden schon in den nächsten... ...Monaten erscheinen, aber... ...da war ich falsch informiert. Aber ich weiß nur, dass da irgendwas in der Mache ist. Dass sie das Remasteren wollen. Aber da freue ich mich auch drauf. Das will ich auch gern nochmal... ...anpacken. Das ist eine gute Frau. Ja, du bist, Sylvie. Das Bi-Runik-Lens-Reaktor von dir ist bereit zu pumpen 500 Pulser-Pressure. Ein Herz so großartig ist, dass er wieder liebte. Aber erst, wir müssen dich alle gussieden. Ich liebe dich, Sylvie. Du bist meine spezielle Frau. Was ist das? Ja, kannst du gerne machen. Nicht, dass ich... Nicht, dass ich feststecke. Ich meine, ich spreche mit dem... Well, nicht wie conversieren, aber verbalisch... ...eine checken auf diese... ...inanimatische Sache. Äh, großartig, ich glaube. Also ist der Bug jetzt... Kommt der demnächst oder hat das noch... ...weiß ich nicht... ...in 15, 20 Stunden erst. Ach so, wenn ich noch... ...weit weg bin... ...dann... ...weiß ich gar nicht... ...ob ich's brauche. Nuh-ah. Ich bin mehr von einem Ingenieur. Siehst du? Jukes Aldrich will, ...zurene Rune-Lenzen arbeiten. Sie sind zu fehl und magisch. Und sie sind auch mit spezifischen Wielderern... ... mit unpredictable Potenz. Er versucht, Technologien zu entwickeln... ...die alle zusammenwählen. Wer ist da? Oh, Hildi! Warte, Hildi? Hildi! Hildi! Hildi, klinge die Alarm! Ja, Mom! Ach, Hildi! Ach, Hildi! Ach, Hildi, Mensch... ...drückt doch mal ein Auge zu! Let's go, Noah! Jetzt! Oh, aber... ...aber... ...so... ...dann... ...dann... ...fliehen wir mal schnell. Kein Konflikt hier. Ähm... ...kwie war das, Mom? ...Mam... ...der Feind. Warum hat Hildi das gemacht? Ich dachte, wir waren Blut. Schaut mal die Mache und schau mal! Die Zeiten sind vorbei. Dass wir Freunde sind. Da sind sie! Hildi, Leute! Hm... Interessant. Was? Was? Ja, Melor! Ja, ich hab ihn! Ja, ich hab ihn! So... Hildi! Hildi! Wer ist das? Oh... Oh... Diese magische Mädchen ist aufgerüstet! Ja, Melor! Da steigst du wieder schnell auf! Mit paar Kämpfen! Wir sind wirklich überstehen. Willkommen! Kann ich jetzt hier nicht die Feinde niederknüppeln. Achso, dann hat man die ganze Zeit halt so einen Gesang. Das ist natürlich, äh... Wenn man den an der Dauerschleife hat, so einen schönen Sprechgesang. Kannst du mich, Francesca? Hm... Kannst du mich, Francesca? Ich hoffe, ich weiß das auch noch, wenn's soweit ist, dass der Bug dann vorhanden ist. Oder die haben den bis dahin rausgemacht. Kann ja auch alles sein. Aber jedenfalls vielen Dank für den Tipp. Ich versuch's im Hinterkopf abzuspeichern. Aber ich weiß, wie mein Kopf manchmal so drauf ist und dann funktioniert das auch nicht immer. Mit dem Abspeichern. Ich muss sagen... Das könnte wirklich deutlich besser laufen, ja. Da geb ich recht. Geh weg aus hier, wenn wir durchlaufen. Dann Rinder. Liga abschauen. Die hauen aber auch ein paar Punchlines immer raus. Hm... Interessant. Ok... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Das ist das, was du bekommst. Diese magische Mädchen ist hochgeschossen! Monster! Du bist diejenigen, die unsere Lande schraubt. Nein, wir sind... Entschuldigung, Bruder. Nichts, was wir sagen, wird das für beide von uns richtig machen. Lass uns gehen. Das lief doch ganz okay, würde ich sagen. Für eine Aufklärungsmission. Sorry, wann muss ich hin? Ich muss ja hier über die Brücke rüber. Flucht! Bis auf einen Kampf alle beim ersten Mal, äh, ersten Versuch geschafft. Ich werde nichts lernen, von dir zu lernen. Komm schon, sterbe! Ist ja auch immer so ein persönliches Empfinden, ne? Ob etwas... ...zu schwer oder zu leicht ist. Das ist halt immer so schwer einzuschätzen bei einem Spiel, was neu ist, ob man... ...ob man vielleicht überlevelt ist, ob man... ...kommt immer drüber drauf an, wie viele Sidequests macht man. Ob man auch wieder Erfahrungen sammelt, ob man... ... vielleicht gewisse Charaktere hat, die besser sind für den Boss. Krieg. Ich kann es nicht glauben. Strategie anpasst. Das finde ich ganz schön, aber es muss auch nicht... ...übertrieben sein. Aber ich bin auch immer sehr froh, wenn ich alle beim ersten Mal schaffe. Auch wenn es vielleicht nicht glanzvoll ist. Geschafft ist geschafft dann im ersten Moment. Achso, ich muss ihm hier berichten. Jetzt quassle ich hier rum und, äh... ...laufe komplett falsch. So, ist das immer Multitasking? Ist eine schwierige Angelegenheit. So, E-Mail wollen wir ja. E-Mail. Uiuiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben dalassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, weil du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich sage Tschö mit Ö. Reingehauen. Und zum nächsten Mal. 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 Mal.